Was ich am liebsten im Leben mache, ist zu reisen, neue Dinge auszuprobieren und Personen kennenzulernen, Geschichten zu hören, einzigartige Momente zu teilen, die für immer im Gedächtnis bleiben. Nach Orten zu gehen, von denen mir gesagt wurde, dass es unmöglich ist. Aber in Wahrheit habe ich wegen der so liebevollen Menschen mehr über mich selbst erfahren und habe ein Land vorgefunden, das mich so empfangen hat, wie ich bin.